Könnten Sie mich vielleicht nach Norwalk fahren? Meine Tochter lebt da. Morgen hat sie Geburtstag. Da war ein totes Mädchen. Ich hab sie gefunden. Deinetwegen schwärmen diese Blutsauger kreuz und quer durch meinen Garten. Ich hab ihnen nur vom tot Mädchen erzählt. Du hast sie gefunden. Und immer weiter gehen und den Mund halten. Sie hatte Schnitte an den Händen, oder? Ihre Sachen waren auch ganz zerschnitten, oder? Du weißt schon, so wie Haas und Nylons und Schlüpfer. Alles zerschnitten. Wieso hat er das getan? Hatte wahrscheinlich was mit seiner Mutter zu tun. Sie wurde in einem öffentlichen Park entführt. Weniger als zehn Meilen vom Fundort dieses Mädchens. Wenn sie tot wäre, denkst du nicht, dass ich es dann in meinem Herzen wüsste? Ja, manche Leute, manche Leute sind böse. Wissen Sie, das sieht man denen gleich an. Sie sahen lieb aus. Kannten Sie das Mädchen, das vorher hier gewohnt hat? Ja, ich kannte sie. Ich hab das Gefühl, wenn ich dich loslasse, dann läufst du weg. Na, dann lass mich nicht los. Weißt du etwas über diese toten Mädchen? Wie hat er dir das angetan? Ein Mann hat sie verschleppt und scheußliche Dinge mit ihr gemacht. So ist damals den Bullen ein Serienkiller durch die Lappen gegangen. Kannst du mir nicht sagen, dass du mich lieb hast? Ich muss es dringend hören. Kannst du glauben, dass es vorbei ist? Ich weiß, was du treibst! Hilf mir bitte! Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so gesehen habe. Ich habe das Gefühl, dass ich das andere Seite sehe. Ich habe das Gefühl, dass ich die Sine gesehen habe. Der Ende ist hier. Untertitelung des ZDF, 2020